Musik 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 Nils Bransel, Jonathan Imkang, Kai Wüstmann und Margie Kudlinski. Die Mützen hätten das vielleicht schon vorher verteilen sollen bei dem Wetter, aber naja, so ist auch gut. Da sitzt du noch sauber. Gute Leistung. Als Preis hat eine Fahrradkette, die für neue Arten die Kudlinski noch schon mal getestet wird.